Am Rande der 116. Kieler Woche ist einer der renommiertesten Wirtschaftspreise Deutschlands vergeben worden. Das Institut für Weltwirtschaft zeichnet bereits zum sechsten Mal je einen Ökonomen, einen Politiker und einen Unternehmer aus. Für ihre außergewöhnliche Verbindung von marktwirtschaftlichen Interessen und sozialer Gerechtigkeit ist die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung Lismon ausgezeichnet worden. In seiner Laudatio lobte der Präsident des IFWs Noah vor allem die Geradlinigkeit der Unternehmerin. Die Firmenchefin stellt hohe Ansprüche allererster Linie an sich selbst. Wirtschaftliche Produktivität mit sozialem Engagement zu verbinden, das ist ihre Überzeugung. Für Lismon ist die Auszeichnung nicht nur eine Ehre, sondern vor allem Ansporn, ihren Weg weiterzugehen. Es ist die Chance, dass andere Fenster sich öffnen und dass wir von der Globalisierung profitieren und viel lernen müssen, noch im Dialog miteinander zu sprechen und gerade auch junge Menschen zu verbinden. Neben Lismon zählen auch der Nobelpreisträger Paul Krugmann und der Generaldirektor der Welthandelsorganisation Pascal Lamy zu den diesjährigen Preisträgern. Unter den hochrangigen Gästen sind unter anderem Bundesfinanzminister Schäuble, der auch die Festrede hielt, sowie der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Peter Harry Carstensen. Dieser findet für alle Preisträger lobende Worte, besonders für Lismon. Sie ist eine Unternehmerin, die natürlich im Unternehmen tätig ist, aber insbesondere in der Gesellschaftspolitik tätig ist. Und dafür kann man ihr nur danken. Sie ist ein Vorbild für viele. Der Preis wird bereits seit Jahren an Persönlichkeiten verliehen, die nicht nur an Profit interessiert sind, sondern auch soziale Ausgewogenheit und Gerechtigkeit im Sinn haben. Der Preis ist deshalb so interessant, weil er sich mit Menschen beschäftigt, die in die Zukunft schauen, nicht in die Vergangenheit. Die sagen, was kann denn in Zukunft passieren? Wie kann man die Welt in Zukunft ein bisschen besser machen, als sie heute ist? Und deswegen ist der Preis wichtig. Ein Preis, der jedes Jahr vom Kieler Weltwirtschaftsinstitut zu Beginn einer der größten und schönsten Segelveranstaltungen Deutschlands vergeben wird.